Hier sieht sich schon wieder einer am Dreck. Hallo, Heinz Sielmann. Ja, ich komme. So, wo geht's hin? Fort Narit. Wir müssen in dieses Dorf. Da muss ich irgendeine Nachforschung treiben und in Fort Narit muss ich 30 Typen erschießen. Ich sehe gerade, tummelt sich schon einer unserer Leute dort. Ja, dann können wir mal schnell die Quests angucken. Das ist, ähm... Das ist es, glaube ich, nicht. Ja, das ist das. Und, ähm... Das ist das, wo ich die Nachforschung treiben muss. Und hier ist das, wo ich dann die 30 Leute mit der Militärbasis von Fort Narit erschießen muss. Übrigens ist auch unser Mate, der durch Fort Narit gelaufen ist, ist auch schon wieder abgekratzt. Er war schlagartig weg von der Bildfläche. Da ist der andere. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen links rüber. Sinefire. Das ist mal so. 30 Leute im Fort Narit, weil es so schön ist. Weil das ein wunderschöner, kuscheliger Ort ist. So, jetzt hier diese Drecksbude finden. Da zünder sich. Lass mal sehen, ob das schon zählt. Einer zählt. Naja, der Soldat halt. Ähm... Hey, mein Freund. Was ist deine Aufgabe? Oh, ich hab sie gerade gesehen. Und schon geht's ab. Komm mal schnell, Heilung her. Was hab ich denn? Light-Eating. Und die Lunge wieder, Alter. Pass bloß auf, Minion. Nicht, dass sie dir den Arsch aufreißen. Die sind angefixt, die Hunde. Aber ich hab schon wieder Bock, muss ich sagen. Wenigstens kann er hier rumlaufen, wenn er sich zusammennäht. Weil die pushen dich manchmal auch. Und da ist es schon recht ratsam. Mal die Position zu wechseln. Was ist es? Oh, das war mir. Was ist das? Das war's. Alter, wolltest du mich verscheißen, sag mal? Schießen auf den Kopf, ab Blut überhaupt nicht dergleichen. Mann! Lachen, Lachen! Was soll ich mit ihnen? Lachen! Rachen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zustechen wie eine Mücke Ich hätte mir noch mehr zu essen mitnehmen sollen Ich hätte sicher denken können, dass es Arbeit für den ganzen Tag bedeutet Und untertitelung des ZDF, 2020 Ist dann wieder einer ein? Das ist ein? Oh, eine von Helm gezimmert. Mann, ich wollte gerade meine Ernte einfahren. Mutteroperin, gib mir das Zeug. Und da war ja nur die letzte. Ja, auch leer. Okay. Dann bekommst du es. Da läuft einer hin. Zwei. Zwei. Scheiße. Wo sind die hin? Kann eigentlich ja nur an der Wand lang gerannt sein. Okay. 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 Was ist denn mit oben und nochmal oben. Alter, was ist denn das? Es ist noch kürzer, wenn du mich fragst. Nichts in der Drecksbude. Tausend Brillen aber, nichts zu fressen. Bin ich denn überhaupt? Ja, in diesem Dorf muss das irgendwo rumkullern. Was ist das? Komm bestimmt jetzt scheiß aus wieder. Was ist das? 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 Nimm! Ich glaube das Haus da drüben mag es sein. Ja, sieht so aus. Sieht aus wie auf dem Bild. Ja, hier ist es. Was ist das? 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 Oh, wir haben immerhin schon 4 von 30 erschossen. Was ist das? Das ist ja mal richtig geil. Das ist ja mal richtig geil. Äh... Da muss ich mal wieder hin. Dann muss ich jetzt noch irgendwas machen. Dann haben wir... Achso, mal das Ding... Packen wir mal hier rein. Boah, hier liegt ja noch mehr Fresserei... So, jetzt muss ich mal auf der Map gucken. Wir sind hier. Fortnarrid Haupteingang. Da könnte man sich durchschlagen in die Richtung. Da wird geschossen. Na ja, klar wird da geschossen. Die ballern ja alles weg da. Oder ich könnte ein bisschen hinterlaufen. Da wurde nicht geschossen. Vermutlich. Irgendwie auch so eine dreckige Hängematte hin, Alter. Was ist das hier unten? Ne, das geht mir nichts an. So, wir müssen uns jetzt hier rüber durchschlagen. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann! Sous-titrenung des ZDF, 2020 Liegen kann man sich auch so schlecht drehen. Oh, komm, hör doch auf, Mann. Oh, komm, hör doch auf, Mann.